Sarah Harrison ist wieder schwanger. Die Influencerin und ihr Mann Dominic Harrison haben bereits zwei gemeinsame Kinder. Mit Mia und Kayla ist die Familienplanung aber offenbar noch nicht abgeschlossen. Sarah und Dominic erwarten erneut Nachwuchs. Das verkündet die werdende Mama stolz im Netz. Wir möchten euch noch was erzählen. In dem Clip zeigt das einstige Bachelor Girl seine Babykugel und präsentiert dazu ein Ultraschallbild. Mia und Kayla freuen sich schon riesig auf ihr Geschwisterchen. Sie legen ihre Hände auf Mamas Bauch und drücken ihre Zuneigung aus. Damit wird aus der vierköpfigen schon bald eine fünfköpfige Familie.